Badrun ist eine Küstenstadt im Nordgouvernomat des Libanon. Badrun ist Hauptort des gleichnamigen Distrikts und Sitz eines römisch-katholischen Bistums. Der Name ist vom griechischen Botrys abgeleitet und wurde später zu Botrys latinisiert. Strabon, Plinius und Pitholemeus haben die hellenistische Kolonie erwähnt. Die Stadt liegt etwa 50 km nördlich von Beirut und 25 km südlich von Tripoli. Die Strandbäder und ein lebendiges Nachtleben machen Badrun zu einem beliebten Ausflugsziel. Die Stadt ist von Zitronenhainen umgeben und seit Anfang des 20. Jahrhunderts für die frische Limonade bekannt, die daraus hergestellt wird. 1932 gab es 2.136 Einwohner, die überwiegend Maroniten waren. Für 2010 wurden 15.386 Einwohner errechnet. Geschichte Badrun liegt auf einer Landspitze, die von den Phönizien besiedelt wurde. In der Antike erhielt der Ort den Namen Theoprosopon, in der byzantinischen Zeit wurde er als Kaplith Présorphon bezeichnet. Die Gründung der Stadt geht auf Ethobal-i, dem König von Tyrus zurück, dessen Tochter Gisabel Ahab heiratete. In römischer Zeit gehörte Badrun zur Provinz Phönische Prima und während der Christianisierung wurde die Stadt Sitz eines Sophragan-Biofistes. Patriarchen von Antiochien Im Jahre 551 wurde Badrun durch ein Erdbeben zerstört. Die Historiker sagen, dass der natürliche Hafen dadurch entstanden ist. Seit dem 10. Jahrhundert war Badrun Sitz eines griechisch-orthodoxen Bistums und die Bischöfe Porphyrios, Ilias und Stephan stammten von hier. Zu der Zeit war Badrun, das erst mit der Eroberung durch die Muslime diesen Namen erhielt, als Petrounion bekannt. Zur Zeit der Kreuzzüge im 12. und 13. Jahrhundert bildete Badrun eine eigenständige Herrschaft innerhalb der Grafschaft Tripolis. Aus dieser Zeit stammt auch die im Nordwesten vor der Stadt gelegene Kreuzfahrerburg Musailaha. 1282 wurde Badrun von den Mameluken erobert. Unter osmanischer Herrschaft war Badrun Verwaltungssitz und Sitz einer maronetischen Diözese. Bemerkenswerte Personen, die aus Badrun stammen, sind unter anderem der libanesischen Parlamentsabgeordnete Budrosab, der stellvertretende Parlamentssprecher Farid M. Kari und der Sänger Josef Ati.